Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es ist ziemlich schwer, einen Fahrradreifen zu wechseln. Und wenn das Rad einen Platten hat, so wie hier Marcelos Fahrrad, ist es noch viel schwerer, es zu fahren. Wer weiß, welches Werkzeug sich besonders gut zum Rad wechseln eignet. Ein Hammer! Ein Hammer kann es raushauen! Nein, Pat, kein Hammer. Das beste Werkzeug, um ein Rad zu wechseln, ist ein Steckschlüssel. Natürlich, klar und kassi! Oh, wunderbar! Und weiß jemand vielleicht auch, warum wir einen Steckschlüssel brauchen? Oh, diesmal weiß ich es! Pat? Ähm, nein, weiß ich doch nicht. Ich zeige es euch. Ne, mich! Nein, mich zuerst! Bei einem Steckschlüssel befindet sich am Kopfende ein ganz besonderer Sockel, der innen sechs Seiten hat. Si, und damit passe ich genau auf eine Sechskantmutter. Das ist richtig, Sticks. Bueno, und jetzt bin ich dran. Und ein Steckschlüssel hat auch einen ganz besonderen Mechanismus, den man Ratsche nennt. Und deshalb kann ich natürlich die Mutter immer nur in eine Richtung drehen. Seht ihr, wenn ich in diese Richtung drehe, passiert gar nichts. Aber wenn ich in die andere Richtung drehe, dann kann ich die Mutter ganz einfach lösen. Aber die andere Mutter dreht sich dauernd mit. Du hast recht, Rosti. Weiß jemand, warum? Oh, 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 ähm, äh, hat das irgendetwas mit einem Hammer zu tun? Nein, Pat, aber es hat mit einem anderen Werkzeug zu tun. Um so eine Mutter abzuschrauben, braucht man deshalb zwei Steckschlüssel. An jeder Seite einen. Ich halte diese Mutter fest? Und dann kann ich die andere ganz einfach lösen. Es funktioniert! Manchmal braucht man beim Reparieren mehr als nur ein Werkzeug. So, und jetzt setzen wir ein neues Rad ein. Und dann brauchst du natürlich wieder... ...uns beide, um es zu befestigen. Perfekt! Jetzt wisst ihr, wie ein Steckschlüssel funktioniert. Zwei Steckschlüssel! Und zwar gemeinsam! Muy bien! Ausgezeichnet! Meister Manny zeigt, wie's geht! Hey, lieber!